So, machen wir einfach mal das Spiel fortsetzen, in der Hoffnung, dass wir das Spiel da fortsetzen, wo wir aufgehört haben. Ich glaube, aufgehört hatte ich, als ich die Raketen für unser Fahrzeug bekommen habe. Bin mir aber jetzt nicht so sicher. Ich glaube aber ja, das müsste es gewesen sein. Oder? Schrotflinte. Genau. Jetzt können wir nämlich zielen und können jetzt Raketen schießen. Okay. Wir sollen wohin? Mal wieder dahin. Okay. Ja, ich hatte heute ein bisschen Zeit. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die Aufnahmen, die ich machen wollte, ein bisschen länger wären. Aber es sind letztendlich doch nur insgesamt sechs Folgen geworden. Es war ein bisschen schade. Auf der anderen Seite ist es abgeschlossen. Apropos, warum machen wir das Ding da eigentlich kaputt? Dafür ist halt das ganze Teil abgeschlossen. Und das ist halt wieder vorteilhaft, weil dann nach dem Rendern wieder Zeit für andere Sachen dann übrig ist. So, und... Wops. Na, 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 na. Lässt du dich runter hier? Ey! Oder Zeit. Wo ist er? Ach, da steht ja noch einer. Oh, du komm. Das Glück, dass es die Richtung ist, wo wir eigentlich hinwollen. So. Babam. Wo? Ach, wir haben jetzt gar keine mehr. Ich sehe gerade, wir haben gar keinen Sniper mehr, hä? Kann das sein? Nee, haben wir echt nicht mehr. Geht das? So geht's auch. Und da unten war noch ein... Und... Ja, aber ja. weiter geht's. Mal gucken, wir sollen ihn zum Pfad der Toten Leere fahren. Ich habe jetzt auch gar keine Ahnung, warum. Ich glaube, mithilfe der neuen Raketen, dass wir da irgendwas kaputt sprengen müssen, sollen, dürfen. Aber so sicher bin ich mir da nicht. Ja, er erzählt schon. Okay. Aber hier waren wir schon ein paar Mal. Zumindest gucken. Müssen wir da rein, oder? Also, gewaltsam. Es sieht so aus. Ähm. Müssen wir wirklich gewaltsam? Ich mach's mal so. Ach, geht nicht. Äh. Ach so. Was? Komm, lad nach. Ah, geht doch. Wir haben noch keinen Alarm ausgelöst, wie es scheint. Oh Gott. Jetzt wird's spannend. Jetzt bin ich gespannt. ein Unterschlupfender, super. Man muss jetzt ein Sturm kommen. Und dann? Hammer. Der ist auch noch fällig hier. Oh oh. Oh oh. Verdammt. Ich seh nix. Au. Oh, ist das laut auf den Ohren. Ho ho. Ei, 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 ei. Nummer eins. Hörst du? Au. Au, 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 au. Zum Glück scheinen wir einigermaßen gesichert zu sein. Gegen den Sturm. Boah. Boah. Dann hört der auf. Ei, 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 ei. Komm, 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 komm. Komm. Tag. Ah, 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 ah. Komm, 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 komm. Tag. 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 Ei, ei, ei. Hört er auf. Oh oh, oh oh. Shit. Nein. Kaputt. Ei, 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 ei. Okay. Okay. Zumindest starten wir hier vorne. Also dieser Sturm ist natürlich scheiße, wenn er mitten in einer Mission kommt. Halt und. Na. Aber keinen Schuss mehr doch. Ey. Wo? Wo kommt die denn her? Und. Oh. Fährt er da genau dazwischen. Und. Jawoll ja. Reißt das Tor mit der Harpune wieder. Na, da bin ich jetzt gespannt. Aua, 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 aua. Aua. Runter mit dir. Jetzt aber. Und. Ey, 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 ey. Hat nicht geklappt wie es scheint. Boah. Du kommst mit. Halt. Genau so wollte ich das. Hehe. Oh oh. So. Ich muss jetzt irgendwie kurz. Reparieren. 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 Komm schnell, los. So klappt das. Ah. Schön reparieren. Wir steigen auch mal ganz kurz aus und trinken einen Schluck. Macht man ja jederzeit bei so einem Angriff. Macht mal erst mal ein Päuschen. Morgens halb zehn. Isst ein Snickers. Oder ein Hanuta. Oder was auch immer. So. Auf geht's. Und. Na siehste, geht doch. Hauptmission abgeschlossen. Schwarze Magie. Der Kiefer ist endlich vernichtet und der Weg in die tote Leere steht offen. Der V8 befindet sich in Gastown. Doch um an ihn heranzukommen, brauche ich möglicherweise die Hilfe von Pink Eye. Wer bist du? Keine Ahnung. So. Und hier ist noch ein Auto. Ey. Wo? Wo ist der Sniper? Egal jetzt erstmal. Ach da oben. Schau mal her. So. Das war er dann. Und dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Okay. Sieht ja interessant aus hier. Schau mal her. Stufe vier. Da ist ein Ballon. Oh, hier scheint sowas... Oh. Ja. Oh. Da ist er ja. Aua. Oh. Ist doch einer hier. Ich seh's grad nicht. Ich seh's grad nicht. Da ist ein Schatten. Okay. Bevor ich nämlich hier krepiere... Na. Ach so. Der ist voll. Okay. Sniper. Was haben wir hier? Nix. Auch gut. Schrott. Immerhin, denn wir haben keinen mehr. Können uns demnach nix kaufen. Und... Mh, lecker. Da lang. So, ich hoffe, hier gibt's irgendwo was zu essen. Da. Hundefutter. Dinkidee. 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 So. Und hier ist irgendwo... Da. Der Heißluftballon. Da haben wir ein bisschen Sprit. Und aufwärts. Was? Kabel schneiden, die den Ballon am Boden verankern? Welche Kabel schneiden? Hä? Hä? Ach. Die. Äh. Ich hab keine Lust drauf zu schießen. Aber scheinbar muss ich. So. Letzter Schuss. Zu weit weg. So. Jetzt aber. Auf geht's. Mit deinem Affenzahn. Knitsack. Okay. Vogelscheuchen. Sniper. Lager. Sniper. Todesfahrt. Ist das da? Okay. Dann geht's mal wieder runter. Okay. Okay. Das Schlimme ist, wir müssen das eigentlich die ganzen Areale erstmal noch hier vollständig fertig machen. Denn ansonsten, ähm, ja, haben wir keine Pluspunkte davon. Wie man so schön sagt. Na komm, noch ein Stück. Okay. Okay. Denn, ähm, ja, nur ruhige, äh, ruhige Areale sind gute Areale. Uh, komm. Achso. So, gegessen haben wir. Wasser gibt's hier keins. Schrott auch nicht. Messer können wir nicht nehmen. Was willst du? Oh, da hinten brennt noch alles. Was? Das Ding ist auch verstärkt. Hume ich mal stark an. Ja. Ui. Okay. Was ist das? Eine Quest. So eine spontane, würde ich mal sagen hier, ne? Hallo. Die Katapulter. Was sind denn Katapulter? Achso, da ist, äh, schon markiert, oder? Sie sind verklemmert. Das kochen? Sie haben keinen Spaß gemacht. Sie sind verklemmert. Sie sind verklemmert. Sie werden unterschätzt. Sie sind verklemmert. Sie sind in der Zeit. Sie können nur, dass wir unsere Brüder sind. Sie sind verklemmert. Herr, das wird neutral werden. Dann müssen wir wohl. Ach, Gottchen. Nummer 1. Komm, wir sind fertig. Und. Zwei. Oha. Und. Drei. Wee. Wer will noch? Oha. Na komm. auch wisst du was hier ist mir auf den keks ach so warum sind die so bunt ich will wieder in mein auto ja ja fairo da so harpuna hat er gesagt und du was müssen wir jetzt machen ah warte mal da sind da ist munition zum nachladen oder zumindestens können wir sie jetzt hier und wo 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 das wäre jetzt so fast losgegangen stelle ins auto machen wir uns erstmal die leute hier weg der hatte was zu essen genau machen wir gleich und da ist was zu essen zum heilen ist natürlich praktisch das zeug womit man die dann auch gleich wieder weg sprengt und ab ins auto rein ins auto ja doch also ein bisschen nerven kann er schon na komm überfahren wir dich wenn wir dich treffen würden so und jetzt aber so auto noch schön abstellen und und schnell rein hier ok ok erreiche die festung du ich habe kein leben mein freund ich werde das mal gucken dass ich mir hier irgendwas zusammensammeln kann und hoffe dass hier irgendwas zu futtern ist zudem geht mir dieses hier flackere von wegen du stirbst gleich sowas auf den keks ah die sind immer noch da ne 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 sind sie leider nicht ist hier echt kein essen draußen dann sollten wir zumindest jetzt eine Waffe mitnehmen da ist der Schrott ja dazu müsste es aber erstmal Maden geben dann würde ich auch wieder einen Maden Snack nehmen wegen der Proteine und dem Eiweiß aber es ist ja keiner hier essbar dann wäre ja das Essensymbol auf einer der Leichen gewesen was aber nicht der Fall ist ein schöner Turm so ein alter Kohlekraftwerk so ein so ein ne mit einer alten Flugzeug Rumpfdingens hier Einschlag und ich bin breit ich mache ihn fällig so ändert aber immer noch nichts an der Situation aber Energieprobleme haben ja was die hier verheizen schon Wahnsinn schon Wahnsinn okay 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 oh den hat's erwischt oh nein ja schau schau Schaff was. Hör auf zu blocken. Hör auf zu blocken. Ich hab gesagt, hör auf zu blocken. So, jetzt hört auf zu blocken. Boah. Da ist was zu mitnehmen, aber... Hier ist eine Waffe. Ich will doch bloß was zu heilen. Kommt Leute. Schrott. Ey, das kann echt nicht sein. Hier ist nix. Nicht mal Wasser. Das kann doch echt nicht... Oh, oh. Schreit doch hier nach halber Arena. Ich glaube, so viele Freiheitsgrade. Heffer hat das Spiel nicht. Von wegen irgendjemand mal schnell hier... ...in die unzähligen Feuer... Okay. In die unzähligen Feuer zu werfen. Ja, ja, Massaker und so. Da ging es nach oben. Oh, ich brauche Leben. Toll. Okay, da können wir nicht lang. Also müssen wir hier lang. Dahinter ist auch kein Essen. Ich sehe uns schon gruppieren... ...und den ganzen Spaß hier nochmal machen. Aber jetzt mit Sicherheit... ...und der hat uns gesehen. Achso. Haha. Na komm. Hier ist noch was. Da sind doch noch mehr. Hat nicht gereicht. Legen wir mal jetzt hier zur Seite. Oh, warte mal, hier ist Schrott. Das hätten wir. Quatsch nicht. Na, na, na. Komm. So muss das. Wenn man schon keine Heilung hat... ...dann muss man gucken, wie man sich hier... ...durchschlagen kann. Waaah! Ist recht, Chekhov. Waaah! 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 Na? Noch jemand ohne... Pfff! Ey, nichts zu essen. Ey, nichts zu essen. Und was ist hier? Okay, bloß versperrt. Also wir müssen hier lang und dann die Leiter nach oben. Ja. Hat nicht anders sollen sein. Uah. So. Ah, ich gehe kaputt. Wasser. Wir können uns sogar voll heilen und dann nochmal Wasser nehmen. Super. Trinken. So, nochmal den Rest. So, jetzt ist mir auch schon ein bisschen wohler bei der ganzen Sache. Oh, hier ist bestimmt wieder ein Klo, ne? Ne, doch nicht. Kein Klo. Äh. 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 Das ist nicht euer Ernst. Äh. So, wehe, die Viecher sind nicht alle schon weg hier. Natürlich die gleiche Scheiße noch mal. Ja, mit Ausweichen ist nicht. Meine Sperrwürfe sind im ganzen, im ganzen Latt bekannt. Komm, den nächsten. Was ist das? Aber so war das echt Scheiße, ja? Ja, du hast dich da durchgekämpft mit dem letzten bisschen, was du da noch an Kraft hattest. Und dann kommt da so ein verfickter Bug ins Spiel und zieht den Strich durch die Richtung. Ich konnte echt nichts machen. Ich konnte zwar laufen, aber es war lediglich sinnvoll für die Animation mehr, aber auch nicht. So, wir füllen das Ganze hier. Oh Gott. So, dann schauen wir mal weiter. Wir nehmen aber den Schrott mit. Ob der wiederkommt, wenn wir jetzt hier langlaufen? Nee, 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 nee. Mach ich nicht nochmal. So, jetzt geht's in den... Wie sieht er denn aus? So, jetzt geht's. Oh. Oh. Na, dürfen wir auch wieder? Aua. So, das war jetzt der Fehler. Demoralisieren. Demoralisieren. Tod. Und... Wusch. So. Wer ist er denn? Na toll. Hm, sie werden wir noch retten müssen. Das ist richtig, Herr Faria. Es hat ein gutes... Volles Leben. Volles Wasser. Und vollen Bottich. Ey, ich hab dir einen Arsch gerettet. Ich hab dir das. Ich hab dir das. Ich hab dir das. Du kommst hier. Strang zu meinem Domain. Und riskierst du dein Leben, um uns zu helfen. Ja. Ich glaube, dass wir ein Business machen können. Sure. Er hängt nahe der Refinery-Undervallee. Okay. Jo, Laomi. Gucken wir mal, Hauptmission erledigt. Ich bin gespannt, wer die nette Dame ist, die dort hinterhergezogen wurde. Man muss ja auch dazu sagen, wie gesagt, ich spiele Mad Max nur hier im Livestream, immer wenn ich mal Lust und Laune habe. Und ich habe mir auch kein anderes Let's Play bisher angeguckt. Deswegen bin ich gespannt. So. Da geht es weiter. Mal mit der Omiren hier. Hat aber ein nettes Plätzchen sich hier aufgebaut. Aber wo ist die Küche? Wo ist das Klo? Ein Scheitel hat ja schon irgendeiner gezogen. Oh. Aber wir brauchen nicht mehr. Wir bauen eine Dünne auf der Räumen. Mit einem Säil, um zu holen. Warum bist du mir das? Ich denke, du kannst mir helfen. Für ein Preis. Ich habe einen richtigen Säil. Ich weiß, woher zu bekommen. Aber nicht wie. Zugegebener Zeit. Pink Eye will das große Nichts überwinden und den wachsenden Wahnsinn von Skrotus hinter sich lassen. Doch ihre Crew hat kein gutes Segel für ihr Dünen-Schiff. Skrotus verwendet ein altes Werbebanner als großen Tau-Sammler in einem naheliegenden Lager, der Tyrannenpeitsche. Beschaffe das Banner für Pink Eye. Belohnung, ein historisches Relikt, das ein verstecktes Reifenlager zeigt. Ja. So, wie sieht's denn hier aus? Legenden. Wir können auch wieder, glaube ich, und sollten auch wieder updaten. Info, Info, Schatz. Eiserner Glaube. Und da ist auch noch. Babam. Wo ist denn diese... Ach, was das hier war? Oder war das Riskieren? Ich glaube, es wäre mal ein Testwert. Ehrlich gesagt. Das wäre mal ein Testwert. Ob war Krepieren oder nicht. So, du installierst jetzt nix. So, wo ist das Auto? Auto. Da ist das Auto. Wir gucken mal, ob wir dich noch irgendwie aufpimpen können. Max kann aufgepimpt werden. Er kann jetzt Schraubenschlüssel tragen. Ne, dieser Schlagring ist nicht übel. Jetzt haben wir ja irgendwelche Schrauben dran. Und wie sieht das andere... Aha. Ja, dann können wir auch die eine oder andere Mutter nachziehen. Passt doch. Kostet 525. Wir gucken erst mal weiter. Munitionsgürtel. 5. Sniper auf 10. Auf 10. Nicht schlecht. 125. Kopf. Wir können ein neues... Eine Rennbemalung. Na, wie sehen wir denn aus? Also, ich lasse lieber meinen Bart. So. Schrotflinte. Mit dem Hinzufügen eines dritten Laufs muss weniger auf nachgeladen werden. Erhöht den Schaden um 25%. Jo. Und hier gibt es irgendwelche neue Kampffertigkeiten. Hups. Nahkampfwaffenexekution und Wandmesserexekution. Gut, die hatte ich bis jetzt noch nicht so... Ach, ausgebaut. Werkstatt. Da können wir nichts tun, wie es scheint. Jo, denn... Ah, siehst du auch. Jetzt stehen die... Ach nee, jetzt sind bloß noch die... die... die Reste, ne? Ja. Halt, war schon nicht die Richtung. So. Aber das hier mit den... Boah. Mist. Nein, ich wollte keinen Kampf. Oh, 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 oh. Wir sind doch noch nicht so schnell. Ups. Ah. Oh. Ja, los, mach uns kaputt. Mach uns kaputt. Ah, Mist. Komm raus. Hey, ey, 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 ey. Boah, das steuert sich ja wie... Oh. 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 Ah, komm her, komm her. Oh, ah. Mist. Die sind da in den Seiten verstärkt. Au. Ja. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich aber die Stauze voll. So, einen kleinen Moment. Wir sind wieder mal in einer trefflichen Situation. Die Fahrzeuge sind ein bisschen stärker als wir, habe ich das Gefühl. Da ist ein... Ja, er hat es wieder repariert, das ist auch gut. Aber das ist Stufe vier. Ja, hier sehen wir Stufe vier aus. Bereit. Ach so. Nee. Gibt so heikel. Sniper. Ja, boja. Jetzt sind ein paar Kräger bestimmt auch noch irgendwo. Entschuldigung. Also, wir gehen. Und hier haben wir uns da. Ach, das war. Das war's für heute. Na? So, dann zerlegen wir mal das ganze Ding hier nach und nach. Da ist noch ein... Jetzt aber. Das sieht schon mal gut aus. Da ist noch ein Tank, den nehmen wir auch noch mit. So. Harpune 6. Ähm, da gab es hier an der Seite doch einen Eingang, ne? Ja, da. So, reparieren. No, es ist weg, weg, weg. So. Jetzt sind wir erstmal in Rajé. Du nicht. Du auch nicht. Und du erst recht nicht. Hey. Und, 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 und. Weg ist er. So, was hat der denn für mich hier rumliegen? Der hat irgendwas. Explosionen, kriege ich mal hin. Und. Kabumm. Huch. Oh, quatsch. Ach, herrje. Oh, wow. Oh, wow. Die sind, glaube ich, ein bisschen stärker, habe ich das Gefühl. Huch, ihr habt. Und das, was ihr? Huch, hau, 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 hau. Ja, probieren wir es noch mal. Okay, also die Gegner, die man hatte, sind weg. Dann gucken wir uns erstmal hier vorne um. Wenn man es weiß, könnte sich das sogar in irgendeiner Art und Weise als Vorteil dann herauskristallisieren. Drei Schrott, wow. Ich werde bald Schrottomonäa hier. Mal musterlang, das ist scheiße. Man könnte natürlich... Man könnte natürlich, clever wie man ist, hier... sich die Sachen hinlegen, um vielleicht dann so eine kleine Explosion zu erzeugen. So. Oh. So. Jetzt bin ich gespannt. Ach, Zwillinge auch noch. So. Oh. Nicht machbar. Nicht machbar. Oh. You and me. All right. Nein. Aber es sah gut aus. Es sah gut aus. Wir könnten das also genau so probieren. So, wir werden mal ein paar mehr nehmen. Denn die Taktik scheint zu funktionieren. Naja. So, wir werden mal gucken, ob es klappt. Jawohl. Vorbereitung ist alles. So. 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 Da ist der. Und runter mit dir. Aber fahrt er auch nicht mehr. Ist ja super. Ja, wozu auch? Okay. Hier. Ja, geht nur hier lang. Oh, da ist ein Relikt. Text. Piglet, wenn du das liest, ist das ein verfluchter Zufall. Aber ich muss es versuchen. Die einzige Chance, dich wissen zu lassen, was ich fühle, falls ich es nicht zurückschaffe. Ich liebe dich. Ich habe dich schon seit der siebten Klasse geliebt. Ich verehre dich. Ich vergöttere dich. Zensiert, was ihr wollt, ihr scheiß Geheimdienstler. Ich liebe dich, Piglet. Und falls ich es zurückschaffe, werde ich einen Weg finden, es offiziell zu machen, falls du mich noch willst. Robin. Okay. Was auch immer. Piglet ist aber nicht Batman, ne? So, da müssen wir rüber. Da gibt es noch ein bisschen Schrot. Da sind wir reingekommen. Genau. Irgendwie sehe ich hier keinen mehr. Aber das hat ja nichts zu heißen. Ach Gott, es geht noch in den Keller. Bei meinem Glück sind dann wahrscheinlich noch haufenweise mit Schild und so weiter unterwegs. Wie würde man die denn sonst wegkriegen? Ein Schuss darauf, das reicht ja nicht aus. Da geht es weiter. Da ist der. Aber erst mal aufstemmen. Okay. Ach, damit ist sie schon kaputt. Okay. Munition. So, damit kriegen wir auch. Ne, bleibt nicht mehr. Sind wir hier. Ja, sind wir. Okay, hier lang. Okay, jetzt sind wir im anderen Teil des Klares, wie es aussieht. Und jetzt gibt es wieder Action. Jawohl, ja. Okay, jetzt bin ich wütend. Ich habe gesagt, ich bin wütend. Wütend. So. Wütend. Da geht es weiter. Okay. Das brauchen wir wahrscheinlich, um das hochzujagen. Genau. Kabumm. Schrott. Da drüben. Wir müssen durchs Tor. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Ach, du Gott. Darauf erst mal ein Schluck Milch. Jetzt haben wir auch noch einen Boss hier. Wasser. Gut. Und trinken und auffüllen. Okay. So, was kann jetzt bloß noch schief gehen? Nichts, oder? Warcryer. Warcryer. These lands will echo with your screams for ages. Ooh. You've come into my house there. I want you to know I feel no anger now. Was super! Ah! Come, come. Come, come. Come here. Okay. Okay. Ja, ja, ja. Wir hatten schon mal so einen dicken von deiner Größe. Ja, ja, komm her. Komm. Jawoll. So muss das. Top-Dock-Lager. Haha. Immerhin, immerhin, immerhin. Puh. So. Was haben wir noch hier? Das ist wieder offen. Irgendwo ist hier noch das Ziel, das Eigentliche. Ah. Hier ins Silo rein. Ach, jetzt können wir hier hoch- und runterklettern. Nee, nicht rüber rutschen. Doch, von da oben. Wie kommen wir denn da hin? Hier rüber, hä? Hier rüber, hä? Waren wir hier nicht schon mal? Schott, 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 schott. Und hoch hier. Und danach gehen wir uns mal aufpimpen. Der Kampf hat hier nämlich nur funktioniert. Nee, hier nicht. Hier draußen lang. Der Kampf hat nämlich nur funktioniert, weil wir das kannten. Also, ich hatte ja schon mal so ein Mini-Boss zwischendurch. Und das war ähnlich gestrickt. Und deswegen war das noch relativ einfach zu managen. Und das war schon mal so. Jetzt bin ich gespannt. Wasser wartet uns hier drüben. Auf alle Fälle Wasser. Und Gegner. Was? Hahaha. So. Oh, das ist ein Ballon. Oh. Okay, die kommen nicht hierher. Erstmal sammeln wir alles ein. Und, ja. Den können wir mal plündern. Wir können uns kurz heilen und den Rest Wasser auftanken. So. Die kam ja hier durch die Tür, ne. Ja, ich würde auch die ganze Zeit hier rumsitzen und lauern darauf, dass irgendjemand erscheint. Da hinten. Ah, da ist Oma Schrott. So, dann. Hier oben werden wir bestimmt auch noch Besuch bekommen. Oh, ja. Ach, da geht's wieder raus. Ah. So. Na dann. Super. Wir kriegen unten ein historisches Item oder so, ne. Ähm. Ich für meinen Teil hätte jetzt gesagt, ähm. Okay, da ist jetzt so da. Was ist das hier? Okay. Ähm. Wir gehen uns jetzt aufpimpen. Ähm. Egal, was und wie noch irgendwie an Aufgaben sind. Erstmal. Wie viel haben wir denn gegebenenfalls? Ich weiß es gar nicht. Äh. Wo sieht man das? Ähm. Keine Ahnung, wo man sieht. Und. Abgerollt. Und. Und wir können von hier. Da. So. Ihr habt ja extra auch ein Signal geschickt, Freundchen. So. Ohne Umschweife. Geht's zum Aufpimpen. Wir brauchen ein bisschen mehr Leben und ein bisschen mehr Kraft beim Kämpfen und solche Schoten. So. Sniper. Drei Sniper. Ok. Wow, wow. Da müssen wir hin. Wow. Die Rigs. What are they? Oh. There they are. The Dragons. The Drogons. The Drogons. The great beasts of this forsaken land. They call them the War Rigs. So. Und da ist wieder Mr. Schildkrötenpanzer. Okay. The strengths you have inside you will be unveiled one by one. Okay. Nee, oder? Du willst mir nicht erzählen, dass ich nur zwei. 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 So, ich dachte, wir würden weitaus mehr aufgepimpter sein als, ja, das Bissl hier. Na, wir werden jetzt noch zu Pinkei zurückfahren. Mal gucken, was wir danach machen. Schnell weiter. Die sind fett gepanzert. Der holt uns so ein. Und? Geht das? Oh! What the fuck? Wir sind doch da. Ja. Tja, dafür kann ich nichts. Ich hoffe, wir schaffen es noch. Jetzt müsste er eigentlich aufhören. Das tut er auch. Puh! Und dreimal. Hallo, Wolf! So, repariert, repariert, repariert. Ja, wo ist er denn? Ja, hier oben. Oh, da lang. Da hätte der uns doch noch fast gekriegt. Ich dachte, der ist irgendwann abgeschüttelt. Aber nein. Das war leider nicht so der Fall. So, liebe Tante. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Ein historisches Relikt. Ein Tire-Shop. Jeff, wait for me. This is gonna be my last tour. I promise. When I get back, if I get back, I swear, things will be better. Love, Adam. Okay. Und wie sollen wir es finden? Okay. Abgeschlossen. Zugegebener Zeit. Gut, das sind jetzt eine kleinere Sachen. Ich für meinen Teil würde nämlich jetzt hier an der Stelle Mad Max wieder beenden, weil das ist so, oh, eine Stunde 45. Ich mache das ja immer so im anderthalbstündigen Format im Stream. Und dann gucke ich mir noch was aus meiner Bibliothek aus, was man noch so rauspicken kann. Vielleicht gibt es ja was Brauchbares. Deswegen erstmal an der Stelle, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir switchen mal hier wieder um auf.